Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo, in dem ich dir erklären möchte, wie du das Verb to be im Englischen verwendest, denn du kannst es als Vollverb und auch als Hilfsverb verwenden. Schauen wir uns zunächst an, wie du to be als Vollverb verwendest. Ein Vollverb erkennst du daran, dass es alleine im Satz stehen kann, also ohne ein anderes Verb. So wie in den folgenden Beispielen. I am from Germany. Ich bin aus Deutschland. Du siehst hier, dass am als Form von to be alleine ohne ein anderes Verb im Satz steht. She is always hungry. Sie ist immer hungrig. Auch hier steht to be als is alleine ohne ein anderes Verb im Satz und wird hier also auch als Vollverb verwendet. Bei der Verneinung musst du darauf achten, dass du das Hilfsverb to do wie bei anderen Vollverben nicht benötigst. Du kannst einen Satz mit dem Verb to be als Vollverb also einfach verneinen, indem du not nach der Form von to be anhängst, also I am not from Germany. Das wäre dann die Verneinung des Satzes. Schauen wir uns nun to be als Hilfsverb an. Du erkennst ein Hilfsverb daran, dass es nicht ohne ein anderes Verb im Satz stehen kann und es wird dazu verwendet, um andere Zeiten zu bilden. Schauen wir uns auch dazu Beispiele an. He is playing Table Tennis. Er spielt Tischtennis. Du siehst hier, dass is als Form von to be zusammen mit dem Verb playing steht. Hier ist das Verb to be also als Hilfsverb verwendet und wird gebraucht, um das Present Progressive zu bilden. The house was built last year. Das Haus wurde letztes Jahr gebaut. Hier siehst du was, also to be in der Vergangenheit, steht zusammen mit dem Verb build. Hier wird also das Hilfsverb to be verwendet, um das Passiv zu bilden. So, du weißt nun, wie du to be als Hilfsverb und als Vollverb verwenden kannst. Dein neues Wissen kannst du nur noch mit den Aufgaben überprüfen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen.